Ist es nicht schön, dass wir unseren Kindern Gutes tun? Ist es nicht schön, dass wir das Vertrauen zurückbekommen, das wir entgegenbringen? Ist es nicht schön, dass man Sicherheit und... Ist es nicht schön zu wissen, dass man das Richtige tut? Ist es nicht schön, richtig versorgt zu sein? Vielen Dank.